Schönen guten Tag und willkommen zu einem weiteren sehr sehr sonnigen Tag in Seoul in Südkorea. Wir sind gerade in Myeongdong. Das ist südlich von der Stadt bitte so ein bisschen. Und sind hier gerade an der ältesten, größten Kathedrale. Katholische Kathedrale gibt es evangelische Kathedralen. Ich kenne mich mit diesem Kirchenzeug nicht aus. Von Südkorea. Wir waren da kurz drin. Meine Mutter ist ja katholisch. Und wir laufen jetzt hier noch so ein bisschen rum bevor wir dann gleich nach Suwon aufbrechen. Was uns gerade aufgefallen ist, ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt, da schaut euch mal die Uhr an. Das ist einfach so eine quasi wiesene 10 Euro Uhr von Woolworth sieht das aus. Das ist ganz komisch. So meine Mom hat den Papst gefunden. Also wir waren jetzt gerade bei H&M drin und die haben einfach komplett andere Sachen als bei uns. Es sieht alles komplett anders aus. Jedes Topf für Frauen ist komplett bauchfrei und überall nur diese Natur-Motiv ist einfach komplett alles anders als bei uns. Das hätten wir uns jetzt echt nicht so gedacht, dass alles anders ist, aber schon extrem. So, wir sind jetzt hier am Chongqing. Das war mal ein Fluss und der hat man dann zugebaut mit einer Autobahn. Dann hat man irgendwann erkannt, dass das Kacke war und hat die Autobahn wieder weggemacht und hat den Fluss komplett renaturiert. Und da stehen wir jetzt bzw. sitzen unter so einer Brücke. Das Ding ist Kilometer lang und zieht sich eigentlich durch komplett Seoul. Und ja, hier kommen wir immer total gerne hin, weil man hier a sitzen kann, man kann am Schatten sitzen. Es ist einfach ein paar Grad kühler als in der Umgebung, wegen des Wassers und der ganzen Pflanzen. Und man hat hier auch noch Toilette und natürlich WLANs, wie das für beide in Korea ist. Wir sind jetzt in Suwan angekommen und das da ist der Bahnhof mit natürlich integriertem Einkaufszentrum. Wir haben jetzt hier gerade im Bahnhof von Suwan was gegessen und das war einfach so riesig, das ist quasi so Teil A. Und wir sind erstmal in die sechste Etage gelaufen, dann in die vierte, dann in die zweite, dann in die dritte und in der dritte war es jetzt letzten Endes. Weil im Internet stand immer was anderes und ja, es hat etwas gedauert bis wir es gefunden haben, aber dann war es doch irgendwie ganz lecker. Es war einfach nur mal Bimpup mit Seidentofu. Und jetzt warten wir auf unsere Beleitung. Sie laden die oben auf diese Beleiters. Was ist das denn wieder? Also jetzt noch die Vorstellung, für die Bürger? Für mich, für mich, für mich. Für mich, für mich. Für mich, für mich. Für mich. Für mich. Für mich. Für mich. Das war ein cooler Ausflug nach Suwon, danke nochmal an A Lot of Lotta und wenn ihr ihren Kanal mal anschauen wollt, könnt ihr das da irgendwo machen, wo jetzt das Ding ist, ich weiß das nie so richtig. Sie hat auch voll viele korea bezogene Videos und das könnte ganz interessant für euch sein. Sie lebt ja auch hier jetzt in Korea für ein paar Monate. Und wir haben jetzt gerade noch Kirschen gekauft, die wieder mal mega teuer waren. Ich glaube, das Licht ist aus. Mama, du musst dich ein bisschen bewegen. Wir haben Bewegungsmelder. Und ja, mega teure Kirschen gekauft und gehen jetzt nochmal einen Kaffee trinken. Und ich glaube, das war's. Das war heute wahrscheinlich ein ziemlich kurzer Vlog. Jeden Tag. 15. 16. 2015